Ja, so, bis in die äußersten Bezirke ausgedehnt und von Hofmeister noch immer keine Spur. Sie haben durch seine Beschreibung seinen Beamten weitergegeben. Ja, jawohl. Ja, Herr Kommissar Lohmann lässt fragen, ob Sie auch in den Krankenhäusern. Ist der Spezialstreifen bereits geschehen und Hofmeister wurde nirgends eingeliefert. Sie rufen dann an. Also, ihr Gutachten, noch einen Augenblick. Suchen Sie mal ein Foto von Hofmeister raus. Eventuell müssen wir Stagate drucken lassen.